Ich bin heute die Dekoration eines Kreisels. Hallo zusammen, heute dreht sich mal alles um mich. Na gut, nicht alles, aber immerhin der Kreisverkehr. Guck mal. Genau, ich bin heute die Dekoration eines Kreisels. Und was will ich euch damit sagen? Wir singen oft, Jesus sei das Zentrum. Jesus sei das Zentrum. Wir singen immer wieder mal, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Es ist natürlich super, dass wir diese Lieder singen, weil so soll es sein. Jesus soll das Zentrum sein. Um ihn soll es gehen. Er soll Ehre kriegen. Ich glaube, uns passiert es aber immer wieder mal, dass wir was anderes ins Zentrum stellen. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann plötzlich mein Job sein. Das kann aber sogar unsere neue Gemeinderöhmlichkeiten sein. Das kann der Superprediger YY sein. Das kann sogar Heilung oder Prophetie oder Beziehung oder Leidenschaft. Das kann ganz vieles sein, was gut ist. Nur, es darf nicht im Zentrum stehen. Im Zentrum, es muss immer um Jesus gehen. Er soll das Zentrum sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollte das geändert sein. Das ist einer der Prüfsteine, wie ich prüfe. Kriegt Jesus die Ehre? Geht es um ihn? Steht er im Zentrum? Steht er im Mittelpunkt? Und ich kann dich einfach einladen. Prüfe doch mal dein Leben. Was steht bei dir im Zentrum? Denn das Zentrum gehört Jesus. Tschüss. Willkommen zu NKF. Wir haben hier die Videos von EasyFish's Videoblog. Wir haben hier die Videos von EasyFish Interaktiv. Und die Playlist dazu. Geben wir doch einen Däumchen in die Höhe. Und du darfst gerne den Kanal abonnieren. Bis bald im nächsten Video. Ciao.